Wir bauen Zivilisation mit Menschen, Ehrlichkeit ist das Traumboot. Freunde ist freimütig, furchtlos. Das glückliche Leben mit unserer Freunde und Eltern sind großzügige. Den Gewinnern haben einen Feind und ein gutes Herz. Familie bauen ein großartiges Land. Mutter bauen Kind einem Schwert im Leben. Den Erfuhren und den Ethiken ist wie ein Schiff im Leben. Schreiben, Rihem Eitev.